so lehrt wieder dass die betreffend meinte wieder nach Quatsch hier bin ich kann Warte 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 du bist auf dem Hauptgebäude da bin ich da der Buchschrauber sagt es doch ja so jetzt folgt mehr und steck ausfüllen Warte also falls es jetzt schon nicht mehr in der Folge war wir wollten uns ein Flugzeug holt da unten ist eins ja genau drüben das ja der schnappt sich gerade na hat das bald nicht mehr zuerst und jetzt nicht mehr der ist so behindert das mal bestrafen äh wo hier ist noch eins ist ein Silberpult der kann aber nicht zwei rein, folg mir mal kurz ich hab ne, der hier, hier, hier bei dem Liederlanden Lila, Lila Lila, Lila, Lila komm schnell nein, schon jemand anderes steig ein andere Seite daneben, stellend einsteigen wieso drin? ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nein, steck du rein, mach dazu ich hab dich irgendwie rausgerufen, weil ich da fast eingestiegen bin okay, steig auf der anderen Seite ein, stell dich auf die andere Seite und steig ein was ist denn? ja, bin dran ja, bin dran Leuchten das Flugzeug einfach dies und okay warte 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 ich habe nicht ich habe die Konzerne ein Landebahn wir kommen nicht halt und ich komme dir entgegen die sich die ist jetzt ich steigte den fahrzeug einem bislang gegenfragen und kommt dahin wo du rausgeflogen bist ich glaube ich sehe dich ich sehe dich stehen bleiben stehen bleiben ich habe dich jetzt da weißt du es ja okay kommt folgt das flugzeug um wir können hier warten wie hier das jetzt hat die vielleicht mehr einsteigen wir warten hier bis zu eins von vorallem hat mir gerade das flugzeug gerammt oder es geht er kommt mal schnell schule ich hab irgendwie ein leben noch du bist du bist du bist du in Feuerwehr nein ich bin hier in der Höhle in der in dem Haus hier drin hier ok hier einsteigen auf der anderen Seite aber bist du drin hier kann man nur eins einstellen nein doch kannst du bleib einfach stehen bleib einfach stehen es geht auch ne mach dich drauf schnell der wild ist er will sich nicht vorne drauf setzen da muss junge wir sterben gleich ich muss starten ok sitzt vorne drauf ich kann dich jetzt quasi nur rausschmeißen was anderes geht nicht ne warte bleibt drauf stehen ist auch gut erstmal aus dem gefecht hier raus ne ne das flugzeug schlägt im Wasser ok wo fliegen wir hin ähm wie du da drauf stehst ist äh leise turbulent ok der Turm ja fast zur Verhängnis gewonnen ich sehe es aber äh wo wollen wir hin gibt es irgendwie Kater oder so ja ja wie wir öffnen die wird weg Prozent Prozent wir fliegen jetzt zu diesen flug ich fliege uns ja alles kann so alles ab neid fall ich ab oh mein Gott sagst du bist du aus ja ich bin 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 diese flug leu snap ist er ja nein das ist meine vorwarten ach so dann hab ich noch die hier leute ich schick drauf brennst du? nein ja aber klein ja ich weiß aber wir haben noch die Hälfte von uns von Flugzeug HP ja äh das ist meine Station schon zu verdämmert ich weiß ich finde die Anzeige eigentlich ganz gut Seiden man hat halt Seiden die letzte Hälfte geht halt erst weg wenn du schon brennst ne ne ja ja ok also dann fliegen wir jetzt einfach mal dahin ich hab Angst jetzt irgendwelche Tasten zu drücken weil ich sonst aussteigt deswegen gehe ich einfach nur Gas achten Tom Junge das war knapp und was machst du doch ich hab mir auch grad gesehen ja ja hat's wohl ja wirklich kannst du in der Aufnahme sehen da ist der Turm wir sagen wir steigen vorher aus ich kann da landen ich lande da nein also ja hier in der Bucht dort in der Buchteport landet dort am besten nicht in der ja ja doch doch warte warte da wird gleich wieder abgeschossen hallo jetzt flieg ich nicht mehr soll ich vielleicht noch vorher das Flugzeug verlassen oder ja no ja hier ist ne gute Freifläche da kannst du ja noch naja warte ich muss halt nur höh bis wir die Kurve kriegen ne ja lo ja ich schreibe bestimmt nicht mehr ab oh das wird nichts mehr als hoi Junge oh u 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 Prozent er hat jetzt schießt nicht Prozent es ist die Idee ich bin auch tot Prozent über was Prozent ab ist er aber nicht mehr als das ist es richtiger wie schreibt man das der Satz ab Prozent der Sonntag die erste der Sert U.P. oder? U.P. 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 Das war knapp, ich hab fast aufgeprallt. U.P. Das sieht doch schön aus hier. U.P. Warte, ich... Geh mal zu der ein Halle. Höh. Ähm, die ganz links. Da sind, da sind jetzt, da sind jetzt, da sind jetzt. Geh hier rein. Wo bist du? Genau, stopp da, warte, warte, warte. Au, au, au. Ich hab's nicht. Ich fliege einfach. Ich bin gleich wieder tot, Alter. Ey, warte, geh dahinter, irgendwie, oder versteck dich, keine Ahnung. Salve mir! Mach salve. Ich sitz... Hier ist echt eine Jet. Ja, warte, warte, warte. Stopp, der fährt los. Okay, wir warten bis zum nächsten Spawn. Geh in die Ecke. Wir warten... Das ist meine Ecke. WTF? Wie kommst du da rein? Kannst du das in die Wand integrieren? Hier ist ein Jet. Okay, probier einen mit einzusteigen. Probier mit einzusteigen. Kannst du einsteigen? Kannst du einsteigen? Showbox. Kannst du... Warte, ich fahr... Ja, okay. Ich Junge, so ein Spack. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich bin noch nicht mehr drin. Ha! Leu! Junge, jetzt... Hier, man. Was? 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 Ich hab ne Sniper! Was?! Au! Okay, du musst mal mit einsteigen, wenn du das... Oh! Ich hab ne... Sniper! Aussteigen! Aussteigen! Leu! Das war richtig knapp, Alter! Ich brauche mal eine relativ akzeptable Waffe, wa? Ich habe eine Snapper. Ich habe eine Snapper. Ich habe eine Snapper. Achso, okay, komm jetzt probier hier mit reinzusteigen, ich habe den Jet. Der fliegt mal ein bisschen voll bei der anderen Bahn, ich stehe hier weit vorne. Die Jungen, die schießen den gleich wieder ab. Showbox, komm spring drauf. Wo bist du? Ja, ich bin schon gerade abgeworfen und tot, ich bin einfach tot. Okay, wollen wir mal zum TP dich mal zum Airport Treiber, da weiß ich, dass man da ist relativ gut Flugzeug bekommt. TP, Air, Airport, ja, zusammengeschrieben. Ach, super faszinierend, nee, jetzt gleich. Ach, ich bin schon da. Nee, wir werden nicht nicht. Warte, warte, warte auf mich. Boah, schlug. Ich bin schon da. Das ist ein Fass, ey. Das ist doch, warte. Warum machst du noch die Hälfte des Lebens? Warte, da unten, ich komm. Ich stehe hier im Haus, Alter. Ich weiß es, ich sehe nicht. Okay, komm. Ich bin schon da, ich bin schon da. Egal. So, wir sind wieder. Bandicam hatte wieder epileptische Anteile. Nichts gegen Bandicam, nein. Oh, schlug. Ach, und warum wir mit Bandicam auch nicht? Oh, schlug. Oh, schlug. Oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Ja, ich bin in der Luft. Juhu. Ja, cool. Okay, warte, dann flieg hier über den Flughafen, ich komm auch gleich. Ja? Ja. Oh, nein, 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 hoch, 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 hoch. Hoch, Digga, Digga, hoch. Alter. Ich hab's aber getroffen und das Blut hat aber gespritzt hier. Junge, jetzt lass ich mal das Flugzeug gespawnen, ich hab hier nur eine Star-Band. Ich werd nochmal sterben, weil ich so knapp fliege. Junge, Leute, ist doch keine Lösung. Ist schon wieder tot? Nein, aber die schießen sich hier ab und die kommen bestimmt auch gleich zu mir. Und das Snipern, das trifft einfach nicht. Stimmt, das fliegt ja leider noch Waffen. Junge, warum ist das Ding, wenn ich ihn da falsch bin? Hier, jetzt, meins, meins. Nein, nein. Junge, 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 Junge. Jo, Leute, also ich würde sagen, wie wir hier abheben, kann ich wusste, ich... Boah, Kau. Wie wir abheben, seht ihr in der nächsten Folge. Junge, jetzt, guck mal, guck mal, guck mal, ich treff den richtig ins Face, das Blutspritzt, das seht ihr alle, ihr seid alle meine Zeug. Und der kriegt nichts an Schaden, nichts. Könnte man in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Und dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Jo, genau, Beta. Und der Release ist ja bald, ne? Tschau. Wieder. Ach, warte, mit F12 ist er ja jetzt beenden. Tschau. Tschau.